Hab ich mich gerade mit diesen Menschen... Oh, ich dachte eben, ich hätte ihn umgebracht. Hier mit J können wir uns einen schnappen und dieses, dieses kleine Balk... Oh, shit! Er bricht sich einfach das Bein. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu Prison Brawl! Ein ultra-cooles Spiel, passt auf! Es geht um folgendes. Wir sind dieser Knilch und wir müssen diese kleinen, äh, Glatzköpfe rausbringen, ja? Wir können die Tür hier öffnen, wir können die Tür hier schließen, wir haben diese Möglichkeit. Achtung, hier, pass auf! Ja gut, der Dive war jetzt nicht so perfekt verdeutlicht, ich würde sagen, ich muss da doch eher hier die Treppe hoch, pass auf. Wow, die Physik sind richtig nice. Sage mal, was ist das für bescheuerte Knilch? Achtung, Achtung, Achtung! God, Dive! Ja, es gibt noch den Kick, den guten alten Kick. Bam, Achtung! Hört her! Oh, dann gibt es noch... Man kann natürlich noch crouchen, ja? Ja, guck, damit sie mich nicht sehen, die Babys. Hier kann ich noch so einen krassen, einen krassen Swing machen, ich habe eben irgendwie was aufgehoben, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Die Steuerung ist echt scheiße. Ich muss unter der... Hier, ich muss hier unten drüber... Er bricht sich einfach das Bein. Auf Zero können wir den Adam, so heißt er, resetten. Wir können auch laufen, aber ich glaube, das ist somit die unsinnigste Aktion, die man hier eben durchführen kann. Wer läuft schon gerne, oder? Also auf H können wir, wie gesagt, punchen. Guck mal, da kann man richtig draufklappen auf die Dippe. Und ja, das Beste ist, hier mit J können wir uns einen schnappen und dieses kleine Balk... Oh, shit! Und unser Ziel ist es, wie gesagt, dass wir diverse Leute hier, also ein paar einsperren. Guck mal, ich mache hier mal auf und schm... Schmeiß ihn... Das ist cool. Warte, ich muss schnell zumachen. Nein! Du Dreckstack! Komm her, du... Du knillig, geh rein. Sage mal! Achtung! Oh, ich muss hier so ein bisschen schwingen, damit das... Damit das... Achtung! Bleib steher! Ich hab einen... Nein, das nimmt er mich! Ich will doch jetzt einmal... Ey, es ist echt schwierig, Mann, so ein Kerl. So, jetzt aber. Warum ist die Tür wieder zu? Wer war das? Die ganzen Sachen, die hier rumliegen. Die Utensilien, die hier umherliegen. Wow, Leute! Jetzt müssen wir uns halt einen neuen sammeln. Oh, shit! Jetzt! Geh doch jetzt rein, Mann! Das Zeug liegt voll im Weg. So, wartet, wartet. Jetzt haben wir dich. Oh, ich hab ihn ganz schön umgehasselt. Reih, du Bongant! Voll reingeworfen. So, wir haben eine Person eingefangen, ja? Wir machen wieder auf. Ja, er ist zum Glück jetzt weg. Guck mal, der da, der campt. Wir holen uns mal den Camper hier. Guck mal, ja. Das ist so geil. Ich schmeiß ihn einfach rein. Zack! Und da haben wir schon zwei Leute gesackt. Wir können Bullet-Time anschalten. Achtung! Bullet-Sau-Urre! Eeeh! Guck mal, wie er seine Hände nach oben macht. Nein, was mit dir? Komm, schnell zumachen! Nein! Ich muss jetzt schnell kicken. Ja! Zack, zack! Bleib her! Nein! Du bleibst jetzt hier! Ich seh ihn noch. Oh nein, ich bin voll in die Meute. Egal, ich zieh mir einfach einen raus. Komm mit! Wow! Ich hab ihn voll in das Fass gezogen. Krass, Mann! Der hat jetzt erstmal keine Gesichtshaut mehr. Hey! Hey! Leute! Übertreibt doch nicht. Ich muss euch doch nur wieder einfangen. Achtung! Was war das denn, Mann? Ja, blut! Drei Stück sind schon gefangen. Also, ich würde sagen, ich bin einer der besten Menschenfänger von Hamel. Komm! Nein! Also, wir machen nochmal so einen Punch. Bam! Bam! Was macht er denn hier drüben? Guck mal, was macht er denn? Spider-Man, komm runter! Lass mich nicht einfangen, Spider-Man! Komm her! Komm her! Komm, wir diven nochmal. Achtung! Spider-Man dreht voll ab da drüben. Ich krieg ihn. Achtung, jetzt krieg ich ihn. Passt auf. Drei, zwei, eins. Hä? Ich hab dich doch voll getroffen und so. Warte mal, warte mal. Jetzt hab ich den Drecksack. Ab in... Ab ins Nächte mit dir. Komm her! Das ist so cool. Komm, wie ich ihn schleudere. Wow, wow, wow. Mein Genick! Nein, mein Genick! Macht nix, Mann. Ich bin... Bleib hier! Ja, sehr schön. Nein! Fuck! Diese Physik! Bleib doch stehen! Warte mal, ich schlag's. Ich dreht's mal. Wow! Ich nehm dich einfach mal mit. Sorry! Oh, mein Rücken! So. Komm und zack! Und da ist schon zu. Ich bin einfach der Gewinner der Herzen hier. Guck mal, ich mach auf. Und dann schleudere ich ihn rein! Bleib liegen, bleib liegen. Nein! Und ich schleudere ihn wie ein Neugeborenes in seine Mutter zurück. Zack, Snitch. Wir haben schon fünf gefangen. Also, ich würde sagen... Bam! Geil, dass ich nicht weggepusht werde. Oh, hab ich einen? Ja, ich hab einen! Ich hab ihn in den Lümmel! Madam, hat er hier ihren Kuchen geklaut? War er da... Oh, voll mit dem Arsch gegen die Wandong! Sechs Leute. Ich bin ein Meisterschütze. Also, wenn man hier davon sprechen kann. Du kommst jetzt mit, Alter. Du kommst jetzt gerade mal mit, du... Was? Er hat mich irgendwie ausgetrickst. Was ist los? Nein! Adam, was war das? Wie er in der Luft zerkickt. Okay, 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 okay. Ich hab es noch... Bulletson! Oh! Ich hab ihn angetreten und dann am Ohrläppchen gepackt. Guck mal, wie ich ihn hab, Alter. Ich bin so souverän. Rein mit dir, du Drecksack. Du klaust keine Lollis mehr. Oh, nein! Bleib doch stehen! Der Lolliglauer ist geflohen. Was mach ich denn? Er ruht sich einfach aus da drin. Sage mal. Ja, es ist einfach ein Hereingerannt. Bye, have a beautiful time! So ein verwirrter... Ich glaub, die können mich nicht sehen. Haha, ich glaub, die sehen mich nicht. Wenn ich hier unter dem Tisch bleibe, können sie mich nicht sehen. Bam! Snap! Wow! Hab ich mich gerade mit diesen Menschen... Oh, hab ich... Ich dachte eben, ich hätt ihn umgebracht. Und rein mit dir, Drecksack. So. Aber ich hab auch echt Probleme da drin. Jedes Mal haust du mich selbst um. Tschüss, Bitch. Oh, da fällt er einfach in den Boden rein. Sehr realistisch gemacht. So ist es auch in echten Haftanstalten. Das darf man so nicht vergessen. Das ist nicht nur in Amerika so, Leute. Sondern auch... In dem... Bitch! 465 Sekunden. Das ist nix. Das ist nichts. 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 Vielen Dank.